Mit der Schule war ich, war mal kurz. Ähm, äh, gute Frage, mal kurz. Ich bin, ich habe einen Schuler repetiert, teicht, ich bin natürlich, oder wiederholt, wie man es nennen darf, ich bin einen Jahrgang spät, also früher, nein, später, so rum. Ähm, mal kurz, neun, ich bin mit 2011, na, weißt du, warum, mal kurz. Ich bin jetzt 21 geworden, ne, dieses Jahr, fünf Jahre früher. Äh, Kiss, mal, ist auch egal, wie man es nennen darf, auf YouTube, du hast fast 7000 Abos und nur so wenig Zuschauer. Warum? Ich bin zu lange auf YouTube, das ist eben das Problem. Wir sind über fünf Jahre, wirklich über fünf Jahre auf YouTube, aktiv, jeden Tag Mimum, ein, zwei, drei Videos mittlerweile. Und das ist das Problem, ich bin zu lange auf YouTube. Irgendwo haben wir hier doch die Erde hingeschmissen. Wo? Warum? Oh, jetzt, vier, vor fünf Jahren, mit 16? Ja, mit 16 war ich fertig mit der Lehre, äh, mit der Schule, dann ging es zur Lehre und jetzt bin ich 21 Jahre alt. Also mit 20, drei Viertel habe ich die Lehre beendet. Ich, komm, scheiß drauf, jetzt wo die Erde ist, die finden wir irgendwie dann schon, na, irgendwie. Ist nicht so schlimm. So, der Hammer. Was ist das nächste? Holz, ne? Aber jetzt legen wir dann auf die andere Seite. Komm, Holz kommt jetzt auch runter, Ende. Nicht zu viel rumreklamieren hier. So, alles muss verstaut und versiebt werden. Versiegelt. Und warum hier unten, komm, Holz kommt eins nach Beine oben und unten kommen noch Kristalle und so rein. Also wirklich, äh, gutes Zeug, ne? Nicht, ähm. War man in der Schule? Ich wechsle immer mit der Lehre. Ja, ich meine, Unterstift damals, also noch, war auch mit 14 mit der Schule fertig. Oder 15, ne, 15. 15. Mit 14, das geht... Wie kann man das überhaupt? Äh, Eichenholz und Eichenholzbretter, ne? Für 5 Eichenholz... Nee, 1, 2, 3, 4, 5 Eichenholzbretter. Oh, diese Musik. Tut mir leid, aber ich... Da bin ich aber weg vom Fenster. Das ist wunderschön. Äh, Eichenholzbretter und Eichenholztreppen. Nee, so rum. 1, 4, 5 Eichenholz... ...treppen. 1, 2, 3, 4, 5... ...ne, 3, 4, 5 Eichenholzbretter. Das sind die Treppen, das sind Eichenholz... ...nichtbretter. Hä? Bin zu doof? Doch, Eichenholzbretter. Und Eichenholz... ...Stufen. Tja. Genau, so rum. Hier sind dann die Treppen. Eichenholzbretter. Verdammt. Ich bin zu doof. 3, 4, 5 Eichenholzbretter. Und... ...3, 4, 5 Eichenholzstufen. Tja. Ich bin doch zu doof. Ist scheiße gar nichts. Falschgeschrieben ist. So rum, ist es. Ich bin 15, ist jetzt immer noch in der Schule fest. Irgendwas mache ich falsch. Nein. Um Himmels Willen, nein. Mit 15 in der Schule ist... Ich war mit 16 fertig. Ende 16. Und es war wirklich gut. Denn je älter, dass man aus der Schule kommt, desto einfacher wird die Berufswahl. Da man irgendwie dann schon in irgendeine Richtung weiß, okay, da will ich jetzt hin und so. Es ist viel angenehmer, wenn man wirklich ein bisschen älter ist. Wie laufe ich überhaupt hin? Hä? Doch hier raus und dann hier. Stimmt schon. Dann muss ich hier die Schilder auch noch aufhängen hier. Weil man runterkommt, hier Holz. Und das müssen wir vielleicht noch machen. Aber zuerst einmal wirklich das große Aufräumen beginnt nur hier am Anfang. Dann muss ich noch mal rennen. Ah, mit 15 in der Schule ist auch wunderschön. Ach, ich vermisse die Schule so sehr. Da haben wir die Stufen, hä? Hier riecht es nach Duftkerzen. Und jetzt habe ich wieder falsch geschrieben. Ich wollte eigentlich Treppen schreiben, aber ich bin zu doof. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Reichenholz Treppen Genau Richtig geschrieben Nicht, dass ich irgendwas falsch ist, wie ich hier rumschreibe Tja, Anna, das ist dann wieder so ein Ding Mit der Schule bei dir Wie jetzt? Also wegen Schlechter Noten oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht Da will ich nichts reinreden Hä, was, wie jetzt? Ach, keine Ahnung, ich weiß auch scheißegal So rum Wir brauchen also 1, 2, 3, 4 Shit Wir müssen einfach irgendwie Ach, so wegen Kind Ja, das ist natürlich was anderes Eigentlich so Ähm, Reichenholz Zäune Und Krimskrams rein Was wir nicht brauchen So rum Ganz okay Naja Ähm Die Verses So Kommt hin Das sind eigentlich okay Noten, ne? Weil in der Schweiz ist natürlich ein anderes Notensystem Einfach umgedreht als in Deutschland, so gesehen Aber Ansonsten ist genau das gleiche Aber Ähm Naja Die Noten sind auch nicht alles, was wir haben Muss ich mal zugeben Noten sind bei Gott nicht alles Im Leben Machen wir auch noch rumfliegen Shit Wir haben so viel Implementar Oder nicht Im Moment haben wir Ich bin hoch Ich weiß Ich mach hier alles wieder Äh Ja Wir sollten eigentlich was anderes machen Aber hey Wir räumen auf Und das im großen Stil Immer Eigentlich Nicht irgendwie Dann Äh Warum Okay Böckenholz Ne nicht Böckenholz Eichen Eichen Oder Eichen 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 Ein bisschen Eichen Was haben wir noch mit Eichen Bist du doof? Ich bin wirklich so doof Umso gut mal den Stock Komm mal Hier reinschmeißen Also gut Wir haben jetzt Fichtenholz Wir müssen Fichtenholz Fichtenholz Bretter Und Fichtenholz Ne Fichtenholz 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 Bretter So Okay Fünf Fichtenholz Ne Eins, zwei, drei, vier, fünf Fichtenholz Bretter Tja Und Genau Genau Das Richtige Reingenommen Ich bin noch so ein Deppe hier Fichtenholz Okay, gut Fichtenholz Bretter Fichtenholz Stufen Ne Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf Fichtenholz Fichtenholz Bretter Fichtenholz Treppen So Ich glaube es funktioniert hier So Nein Das kommt hier rein Das ganze geschmolz Was ich nicht so Plus, minus gesehen brauche Groß, groß Klein Tja Und jetzt kommt Der ganze Schmarrn auch noch Für Ähm Schwarz Eiche Oder Schön sogar Schwarz Eichenholz Oh shit Schwarz Eichen Okay Äh Eins, zwei, drei, vier, fünf Schwarz Eiche Und Eins, zwei, drei, vier, fünf Schwarz Eichen Brett Das Die kommt aber eh nicht mehr Scheißegal Schwarz Eichen Bretter Und Treppen Okay Vier, fünf Schwarz Eichen Bretter Und Eins, zwei, drei, vier, fünf Ja Capstock bringt hier wirklich sehr viel Schwarz Eichen Treppen Na gut Die sind nicht so gut geschrieben Aber hey Meine Nase juckt Das ist das mindeste Was man haben kann Nasen juckt Ist immer gut Wir haben sie da Einen Guck mal Und Hier auch noch Und Hier rund Auch noch Leiter Wir legen wir einfach hier Wieder rein Fichtenholz Haben wir jetzt auch Gute Sache Wir sind hier auf jeden Fall Gut bedient Und Wir schreiben noch kurz an Eins, zwei, drei Nee Können wir eigentlich So rum machen Äh Nein So Nein So rum Die Capstock Diverses Ich bin so doof Manchmal klappe ich Capstock dran Und weiß es nicht mal So Haben wir auch noch falsch geschrieben Ich deb Fünf Diverses So Richtig rum Wir haben wieder ein Schild Ich weiß Ich bin voll bekloppt Dass ich hier alles mache Aber Wenn wir es jetzt mal Anfangen Zu machen Und es richtig machen Haben wir umso schönerer Ja Haben wir es umso schöner Dann nachher Weil es einfach leichter ist Was zu machen Und sich zurechtfinden Weil es überall Bisschen gleich Aussieht Wir haben noch kein Birkenholz Aber es kommt noch Da hinten Wir noch Birken machen Wir brauchen mehr Wir brauchen mehr Ich bin dann wieder weg Muss Kinder ins Bett schmeißen Und dann am Abend Mann genießen Ja dann Viel Grüße Und Bitte nicht zu fest schmeißen Das tut den Kindern weh Und kann auch eventuell Unter Umständen auch Wenn man das Kind zu viel Und zu fest schütteln Auch umbringen Nur mal so Am Rande erwähnt Also nicht zu fest schütteln Ein bisschen davon schon Mit gesundem Maß Aber Ein Liter ist genug Ein Maß Ach komm Ist ein Witz Kein mal jeder Ist kein Witz Tja Übrigens meine Freundin Schreibt mir gerade Nur mal so Wenn ich hier wieder weg bin Und teilweise wieder Was anders mache hier Es ist einfach verrückt Tja Ähm Schilder Wir haben jetzt Holz Hier unten Ne Keine Schilder Nein wir dürfen nicht Aus Birken machen Denn Ja jetzt guck mal Wir haben hier Teilweise wirklich Viele Birken Und ähm Nein nicht viele Sondern Eichenholz Dinger Ne Die machen wir jetzt Ach komm Weg da Nein Wie ging das jetzt so rum Ich bin doof Wir müssen wieder runter Weil wir brauchen noch Stickys Um Schilder zu stellen Wir brauchen noch Ein Stick Äh Ne Wir brauchen Ein Urspielstick Den man nicht stecken kann Sondern ein Sticken kann Ja Voll doof Ich weiß Wieder hoch Wir müssen auch wieder Wir sind noch nicht fertig Mit dem ganzen Tag Mit dem neuen Lagerhaus Sind wir aber noch nicht fertig Tja Äh Wir haben nur 64 Ist das unser Ernst Nö Warum nicht schlimm Ach das geht nur In 4 Oh okay Das wusste ich gar nicht Dass man hier noch Äh Du 16er Stacks geht Aber auch gut Haben wir hier Stacks Also hier haben wir Schilder gemacht Hier unten kommt noch Diverses hin Wie immer 1,2,4,5 Diverses Tja Unten ist auch Diverses Das ist eigentlich so richtig Ne Immer rechts unten Kommt dann Diverses hin Einfach Von Da braucht man nicht so viel Hat man nicht so viel Und hat eh genügend hier Ähm 1,2,3,4,5 Und man anschreibt Die Wer Ich So Hier kommen die Böcken Böckenholz Ne Böckenholz kommt hier rein